Im heutigen Video erklären wir, wie Sie Zuckerschoten einfrieren und so länger haltbar machen können. Zuckerschoten eignen sich sehr gut zum Einfrieren und sind dann sogar bis zu 24 Monaten haltbar. Vor dem Einfrieren gibt es ein paar wenige Schritte, die Sie beachten sollten. Waschen Sie zunächst die Zuckerschoten und legen Sie sie auf ein Küchenpapier zum Trocknen. Dann schneiden Sie mit einem Messer die beiden etwas härteren Enden ab. Bringen Sie in einem großen Topf etwas gesalzenes Wasser zum Kochen und blanchieren Sie die Zuckerschoten für etwa 3 Minuten. Anschließend geben Sie sie in kaltes Wasser, um sie abzuschrecken und den Kochprozess zu unterbrechen. Lassen Sie die Zuckerschoten dann vollständig abkühlen und trocknen. Geben Sie sie dann portionsweise in Gefrierbeutel oder luftdicht verschließbare Dosen. Wichtig ist, dass sie bei minus 18 Grad Celsius eingefroren werden. Beschriften Sie nun Ihre Behältnisse mit einem Etikett oder einem wasserfesten Stift mit Inhalt sowie Einfriedatum. Am besten tauen Sie die Schoten schonend im Behältnis im Kühlschrank auf. Sollten Sie die Schoten gleich zum Kochen verwenden wollen, ist kein Auftauen nötig. Sie können sie einfach in die Pfanne oder in den Topf dazugeben. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Weitere Videos und Informationen finden Sie auf der Website. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Dann sind Sie in der Videobeschreibung.